Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, wir segeln wieder eine Runde und ich muss das Bild so machen. Ich werde gleich kontrollieren, ob wir uns immer noch brav in Richtung der Insel bewegen. Ich werde auch jetzt gleich die Sauerstoffflasche hier herstellen auf das Teller und dann gucken wir mal. Ja, schaut gut aus, wir bewegen uns noch drauf zu. Bauen wir auch mal so ein Thema. Trinken ist auch ein Thema. Zum Wohl ihr Lieben. So, die eine Flasche kommt hier hin, die andere ist Reserve. So, ja. Bauen müssen wir und erkunden die Inseln und Sachen müssen wir sammeln und hurry, wir haben Arbeit. Gott sei Dank. Viel, viel Arbeit. So, hier brauche ich mal Süßwasser, da trinke ich noch glatt einen Schluck, ein bisschen Salzwasser und gleich den Reiniger wieder voll machen. Hier ist auch alles in Ordnung, passt. Ich möchte ausbauen, unser Floß noch ein bisschen verschönern. Ich möchte, das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, sowas wie das hier. Das ist echt hässlich. Das wird dann auch entfernt. So, nicht erwischt. Das wird dann auch entfernt und dann wird hier noch ein dritter Stock wahrscheinlich drauf kommen. Die Pflanzen werden dann nach oben verfrachtet wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich hier den Garten behalten werde. Ich meine, stören tut er nicht. Da könnte ich noch was machen. So ein zweites hier. Stören tut er ja eigentlich nicht hier so. Vielleicht lasse ich es auch. Ich weiß noch nicht, ich bin unentschlossen. Wir werden sehen. Jo. Habe ich noch Schrott? Jawohl, Schrott haben wir noch. Das heißt, Nägel kann ich noch herstellen, ein paar. Die Metallbaren brauche ich. So. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen bauen. Ein bisschen ausbauen, ein bisschen verstärken. So. Und zwar, hier drinnen bin ich da eigentlich schon mal fertig geworden. Ich glaube tatsächlich. Ja. Das schaut nicht so schlecht aus. Dann würde ich sagen, wir haben hier noch. Kann man gleich hier so fertig machen, das Eck nach Möglichkeit. Zack. Dann würde ich wieder ein bisschen Graffel dazu bekommen. So. Da sind noch Planken drinnen. Sehr gut. Jetzt muss ich mal... Hui, da ist ein Fässchen. Vielleicht kriege ich es noch. Jawohl. Sehr gut. Okay, war nichts. War jetzt nichts weltbewegendes. So, schon langsam mal Ausschau halten nach der Insel. Damit ich sie auch überhaupt nicht übersehen tue. Jo. Gut. Schrott fehlt mir jetzt noch ein bisschen. Planken haben wir jetzt eh schon recht viel. Dann kann ich jetzt ja eigentlich beim Flößchen so ein bisschen weiter bauen. Nein. Ich glaube, das hätte ich gern. Aha. Die Möwe. Rantaliert schon wieder. Ach, die schaffe ich glaube ich nicht mehr. Ja. War klar. Schaffe ich nicht mehr. War ja so klar hier. So. Da kommt mal so, wenn möglich... Ja. Dann ist das hier mal schön. Genau. Und hier. So. Genau. Okay. Da haben wir keine Blanken mehr. Vorerst. Können wir hier gleich wieder sammeln. So. Dann haben wir wieder ein bisschen was. So. Zack. Zack. Sind wir schon wieder fertig. Der Hai meldet sich schon wieder. Werden wir gleich wieder ein bisschen pieksen. Zack. Zack. Jawohl. Das hast du super gemacht. Ich hoffe, du bist stolz drauf. Du Mistviech. So. Insel. Ein Fässchen. Hau. Ruck. Jawohl. Sehr gut. Noch ein Fässchen. Es ist blöd, dass die hier vorbeischwimmen. Aber wir müssen ja eh was machen. Wir brauchen eh was zu tun, ne? So. Da mal wieder umschauen. Da ist noch ein Fässchen. Sieht man hier schon was? Ich glaube nicht. Nein. Jetzt habe ich was im Auge. Na toll. So. Ne. Nein. Nein, nein, nein. So. Schön einsammeln. Hier sieht man auch noch nichts. Huch. So. Und so. Und weiter bauen, würde ich sagen. So. Ich glaube, das war hier drüben, ne? Ja, da waren wir. Genau. Ähm. Das da. Wie weit soll ich eigentlich das machen? Bis hier hin? Ist, glaube ich, noch im Rahmen. Jetzt komme ich wieder zu spät. Nein. Komme ich nicht. Haha. Hä? Was schmeißt du denn da weg? Hä? Hä? Dann haue ich vorher das weg. So. Schon besser. Äh. Fein. Dann können wir nochmal Nägel machen. So. Mal wieder Platz. So. Die Insel. Da ist der Haifisch. Sieht man schon die Insel. Nein. Bin ich schon vorbeigesegelt? Wahrscheinlich ja. Ich sehe nichts. So. Gut. Gut, gut. Hm. Hammerlein. Also, mir fehlen schon noch Blanken. Unfassbar. Zack, zack, zack. Fässchen. Gibt es hier Blanken für mich? Nein. Dann müssen wir bald Bäume schlachten, wenn es so weiter geht. So, hier schaut es schon mal so schlecht aus. Zack. Und da haben wir schon wieder eines zu wenig. Aber macht nichts, wir haben hier schon was. Geht das noch? Nein, ne? Wah. Super. Upa. Da brauche ich sowas wie das hier. Hier nochmal. Zack, zack. So. Zack. Reicht das schon? Nein. Nein. Achso, weil Blanken fehlen, sonst würde es schon reichen. So. Und so. So. Da vorne fehlt wieder eine. Jawohl. Dann hätten wir das auch schon fertig. Das werde ich vielleicht noch umändern. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Dann sehen wir das. Lala. So. Ist jetzt schon mal eine Insel hier in Sicht? Hallo. Nein. Will nicht, zurecht. Eine Blanke. So. Dann können wir dasselbe mal hier probieren, ne? Zack. Hier so durch rauf. Da könnte ich sogar zwei reich machen. Ich depp. Könnte ich zwei reich machen. Ja. 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 Könnte man machen. Oh. Was haben wir denn da drüben? Das wäre gut mitnehmen. Das Flößchen. So. Baddel, 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 baddel. Hui. Ne. Ne. Da sehe ich auch eine Truhe drauf. Ne. So. Immer diese Arbeit. Da. Baddel, 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 baddel. So. Gleich haben wir sie. Gleich haben wir sie. Ja. Ja. Gleich. Und. Zack. Gib mir deinen Inhalt. Bäh. Was soll denn das jetzt? Weg damit. Weg. Hau raus, das Ding. So. Gib mir das Zeug. Schrott und Metalldingens. Waaah. Ich bin überfordert. Hau weg. Schrott. Kunststoff, Metall, Erz. So. Ich glaube, das haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Bist du auch noch eine Planke? Jawohl. Nein. Nein. Das ist Ballenblatt gewesen. Gut. Passt. Darfst wieder weiter segeln. Ähm. Nein. So in die Richtung ungefähr. Glaube ich. So. Muss ich mal oben nachschauen, ob jetzt wirklich was in der Nähe ist oder nicht. Oh. Ganz darüber. Ganz darüber. So. Hm. So. Ich glaube, so herüber. So ungefähr. Darüber, glaube ich, müssen wir. Glaube ich. Schauen wir gleich nach. Ja. Ja. Passt. Anzahl verringern. Hä? Okay. Keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir die Insel, glaube ich, da hinten kann man schon ein bisschen sehen. Da ungefähr kann das sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich paddel mal ein bisschen mit in die Richtung. Bringt zwar nicht viel, aber sie wurscht. Muss ich mir gleich eine neue Paddel bauen. Da wieder. Aber theoretisch sollte es stimmen. So, gleich ist sie kaputt. Passt. Und dann bauen wir uns eine neue Planken und Kunststoffe. Hätte ich das gedacht. Hä? Balmblatt. Das braucht ihr keiner. Ähm. Genauso wie das Rezept für Gemüsesuppe keiner braucht. So. Können wir auch weghaumen. Bolzen. Dings da, 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 da. Das werden wir schmelzen. Zack. Und den Seetang schmelzen wir auch gleich. So. Weg ist weg. Ich bilde mir mal ein, dass ich was sehe, aber ich sehe nichts. Ah. Ja. Nichts da. So. So. Da, 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 da. Den Bolzen kann ich wegräumen derweil. Was ist das? Früchte, Kompott. Das brauchen wir auch nehmen. Das Rezept weg damit. Ähm. Ja. Das Seil lasse ich mal hier. Die Federn lasse ich mal da. Ah. So. Und den Rest behalte ich vielleicht irgendwie. So. Ja. Dann kann ich ein bisschen weiter paddeln. Kann ich ein bisschen mithelfen, ne? So. Ah, wir sind durstig, dass es sowas gibt. Und hungrig auch. So. Trinken wir mal. Dann würde ich sagen, wir lassen das so und gehen mal was essen. Das wäre vernünftiger, glaube ich. Da gehen wir essen. Nom nom. Ja, ich werde dich auch gleich essen, du Viech. So. Dann machen wir nom nom nom. Dann haben wir wieder von mir das Hähnchen auf dem Grill und eine Kartoffel dazu. Dann brauche ich meine Schüsselchen. So. Dann essen wir das auch noch und dann sind wir mehr als satt. So. Dann können wir hier noch. Hm. Ja. Dann machen wir halt wieder die Gemüsesuppe, ne? Was viel was anderes. Ich meine, das Kompott wollte ich eigentlich mal kochen, aber das, äh, ja. Dafür müsste ich jetzt mal fleißig sein und mir hier ein paar Drohnen hier raufbauen. Hier noch eine und da vielleicht noch eine und dann wäre das schon mal besser. So, Sensor. So. 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 So lang müssen wir. So. So. Ich helfe mir mit. Soll in der Richtung da irgendwo sein. So. So. Ah, ich glaub da seh ich was. Da drüben. So. 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 Ah, ich glaub da sieht man was. Da oben ein bisschen. Da. Paddle, 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 paddle. Ja jetzt sieht man es schon ein bisschen mehr. Ist das ein Gebäude? Ich glaube, das ist ein Gebäude. Also ein Riesenfloß oder so. Oder eine Bohrinsel. Irgend so was. Okay. Da werde ich aber den Anker legen. Den Anker lichten, so sagt man. Oder? Ich glaube. Das ist, glaube ich, echt eine Bohrinsel. Vielleicht lebt da sogar jemand drauf. Nein, nein, das ist nicht möglich, glaube ich. Vielleicht ein Bär. Oder eine Ziege. Vielleicht gibt es hier Dreck. Hier hat sich ja schon lange keiner mehr geputzt. Also eine Insel scheint es auch ein bisschen zu sein. Man sieht hier einen Felsen. Vielleicht ist unterhalb irgendwas. Auch da bin ich jetzt mal gespannt. Da muss ich unbedingt den Anker lichten. Sachen gibt es. So, das Battle hält noch einen kleinen Moment. Da kriegt man Muskeln vom Battle. So, kann ich mir noch eins bauen ganz schnell? Nein. So schnell nicht. Da fehlen mir schon wieder Sachen. Aber jetzt, hm? Kunststoff, ey. Und Seil. So, jetzt aber. Jetzt lasse ich das aber jetzt mal. So, weiter paddeln. So. Ja, das ist schon voll Arbeit hier. Oh, da ist immer da. Ich hoffe, ich kann da recht gut hinparken. Ich will das so zwischen dem Felsen und dem Gebäude, wenn es möglich ist. Ja, bisschen schräg. Oh, hoppala. Ja. Ja, ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ja, und. Den Anker. Boah. So. Ähm. Hä, wo ist mein Speer? Da. Meine Güte. Wie kann ich denn dann? Ja. Tschüss. Und so. Ja. War meine Schuld. Da war ich jetzt zu spät. So. Reparieren wir mal unser armes Floß. Das ist echt ein Gebäude hier. Also. Also. Sogar mit Graffiti. Cool. So. Gut. Wir sind ein bisschen gestärkt. Ich nehme ein bisschen Proviant mit. Ein bisschen Süßwasser zum Trinken. Für den Fall, dass es hier so groß ist, dass ich verdursten könnte. Dann wäre vielleicht auch nicht schlecht, auch noch ein bisschen Essen mitzunehmen. Glaube ich. Und dann schauen wir uns hier mal um. So. Ganz interessant, muss man schon sagen. Mittlerweile. So. Eine Gatofell. Die kann ich schon mal hier hinlegen. Zack, zack, zack. Das nehmen wir auch mit. So. Dann machen wir uns gleich nochmal Gemüsesuppe. Für den Fall, dass wir ein Hüngelchen kriegen. So. So. Hoppala. Äh. Nein, das wollte ich nicht. He, he, he. Ähm. Ja, das war jetzt ein Fail. Ich habe mich unabsichtbar verdrückt. Ja. Das wird ein Epic Fail. Juhu. Gut. Äh. Hm. Ja. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, die Gemüsesuppe ist jetzt ein schneller Fail. Ja. Ja. Scheibenklar ist da. Das wollte ich jetzt nicht. Ach, herrje. So. Ja. Ähm. Ähm. Oh. Obwohl es ein X hat, kann man es trotzdem essen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Also. Gut. So. Jetzt aber. Jetzt passt's. So. Hier kann ich noch, habe ich noch Planken mit? Nee. Ich habe gar nichts. Überhaupt. Hoppala. Überhaupt gar nichts. Ähm. Da hätte ich jetzt genug Planken. So. Noch einmal schnell rauf. Dann wieder runter. Dann wieder rauf. Dann wieder runter. Damit du es hier grillen kannst. So. Nimm halt. Da. Du auch. So. Ist jetzt dann hier mal Ruhe. So. Sachen noch auspacken hier. Also reinschmeißen. Hm. Hm. Da kann ich noch einen Nagel draus bauen. äh bauen. So. Dann kann ich noch schnell etwas verstärken. Dass ich das verbrauchen kann. Die Netze kann man auch mal machen. Das ist eine gute Idee. Fehlen mich über Nägel, ne? Fürchte dich. Fürchterlich. So. Gut. Das Essen packe ich hier hin. Das Ding schmelze ich noch. Zack, 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 zack. Blanken haben wir genug. So. Das hau ich weg. Das lass ich da. Das gebe ich auch hier hin. So. Die Schüsseln habe ich jetzt vergessen umzulassen. Ich muss eh wieder rauf. Es ist eh wurscht. Hier tun wir die Seile noch hin. Von mir raus. So. Jo. So. Einmal hoch. Dann schnell nochmal in die Küche. Das ist, wenn das Essen verbrennen wird. Ähm. Das tun wir hier hin. Genau. Jo. Jetzt schauen wir uns mal um. Also ich rüste mich schon mal aus. Heureka. Ich habe keine Ahnung. Super, jetzt wird es finster. Okay, das vergiss es. Gehen wir zuerst pennen. Und dann, damit man Licht haben, damit ihr auch was sehen könnt. Äh. Da. So. Gute Nacht. So. Zuerst das trinken muss ich auch nochmal. Meine Güte. So. Prost. So. Auffüllen. So. Zack. Nochmal auffüllen. Den Rest. Guck mal, das trinke ich gerade. Ich wollte es wegschütten. Ähm. So. Dann wieder hoch. Nochmal. Und. Heureka. So. Den Speer ausgepackt. Essen haben wir mit. Hä? Das ist wieder durstig. Ach so, wenn ich an Salzwasser, ne? Weil ich schlau bin. So. Kartons kann man nicht zerteppern wahrscheinlich, ne? Nö. Auch keine Müllkübel. Hallo. Gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Hier wären Spins. Na, kann man nichts zerstören. Muss man ja ein bisschen probieren, ne? Ah, da haben wir was. Schrott. Sehr gut. Noch mehr Schrott. Und noch mehr Schrott. Das ist super. Das ist gut, gut, gut. Kunststoff. Noch mehr Kunststoff. Ja, ja. 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 Hier haben wir alles bepflanzt. Hier haben wir noch mehr Schrott. Das ist super. Ja, wenn man hier Leichen sehen, dann hat das aber nicht wirklich weggeschafft hier, ne? Ich hoffe, da gibt es keine Leichen. Dann wird aus Raft ein Horrorspiel, ne? So, hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Nein. In der Tat. Oh, Hinweis aufnehmen. Eine Notiz hinzugefügt. Okay. Dann. Packen wir mal. Wie geht das jetzt? Äh. Nein. Wie ging das jetzt mit dem? Ah, hier. Radiotower. Januar. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren, dass wir einen Ort hätten, auf den wir hinweisen könnten, außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16 und 8 scheiterten heute nach drei Tagen Testzeit. Der Kern, der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass es sich direkt durch den nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean. Heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen. Schön. Ne? So entsteht Klimaerwärmung. Ähm, Sparrow überprüfte die Strahlungswerte, die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräumen benutzen. Wir können das in Ordnung bringen, sagte sie. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig, wie vier überlasteten, ähm, erschöpften Bürogummis würden also die Welt retten. Oder was davon übrig bleiben würde jedenfalls. Februar. Der erste, wie es ausschaut. Es stellte sich heraus, dass Wern uns verpfiffen hat und es die Verantwortlichen wütend machte. Sie mussten gewusst haben, dass wir sie beim Arbeiten am 12er und 24er hinhalten. Diese Dinge geben so viel Strahlung ab, dass sie um Himmels Willen grün verbrannten. Grün verbrannten, okay. Außer, dass sie sie trotzdem genommen hätten. Sicher, Oval und ich haben uns gestritten. Aber dieser Haufen Sportler hat uns einfach herumgeschubst. Sparrow und Reaktor 8 nahmen sie auch mit. Schließlich wusste Wren, dass sie die einzige war, die die Intelligenz hatte, sie am Laufen zu halten. Sie ließen uns auf der Reaktorprüfplattform zurück und sprengten dann die Fundamente. Das Wasser stieg langsam an. Oval, 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 denkt. Wir sollten ihnen hinterherlaufen. Ich wünschte, ich wäre nicht einverstanden mit ihm gewesen. Achso, man kann das vergrößern. Okay. Ja. Okay. Gefundene Gegenstände, gar keiner. Da wäre wahrscheinlich der Helm, der Pilotenhelm wahrscheinlich damals eingetragen worden. Oder auch nicht. Ein Telefon. Ja. Okay. Haben wir was gefunden. Hier ist eh nichts. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ein Stockwerk hat höher, ne? So, so. Und eins, zwei. Hui, reka. So. Mhm, 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 mhm. Hier sind auch Papierfetzen, aber eine Kiste, Glas und Planken und eine Scharnier ist dabei. Ja, supi, nice. Wahrscheinlich das Glas hier von den Fenstern da. So, wie komme ich jetzt da rüber? Aha, ich verstehe schon. Da kann man scheinbar auch hoch ruck, hoch ruck, hoch ruck. Da hoch, da hoch, okay. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Schauen wir uns mal hier kurz um. Taps, 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 taps. Hier ist soweit nix, okay. Taps, 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 taps. Dann können wir looten, würde ich sagen. Kann man hier rein? Na. Nein. Aber hier. Das scheint ein Büro oder so gewesen zu sein. Was haben wir da? Trace. Hinweis aufnehmen. Okay. Jemand spricht Malayisch. Zu schnell, um es zu verstehen. Kota Yanka. Kota Yanka. 6. März. Tarigan fand einen trockenen Ort. Wir gehen, das Wasser steigt und es fehlen uns ein paar Plätze. Es tut mir leid. 8. März. Mike, wenn du das liest, geh nach Babalboa, sofern es immer noch über Wasser ist. Es gibt Vorräte in der Speisekammer. Aha. Okay. Es gibt Vorräte in der Speisekammer. Auch für uns. Wahrscheinlich alles voller Schimmel. Dann brauchen wir es nicht wirklich. Aha, da haben wir was. Ne Güste. Aufmachen. Planke und Klipper waren, glaube ich, dabei. Hier ist einmal rundherum, glaube ich, ne? Ja. Dann können wir hier versuchen, hochzugehen. Unterbrechen tun wir nicht. Das ist supi. Dann, dann, dann. Kann man hier auch hochklettern? Ne, oder? Echt? Na. Glaube ich nicht, oder? Na, schaut nicht so aus, dass man das kann. Könnte ich hier hoch? Auch nicht wirklich, ne? Da oben wäre super, ganz raufzukommen, ne? Das heißt, ich könnte das jetzt nur vom Floß aus, oder wie? Wow. Hoppala. Upsi. Äh. Ähm. So. Es müsste doch auch eine Möglichkeit geben, hier rauf zu gehen, oder? Ganz regulär. Na, wie haben die sonst Wartungen durchgeführt, oder? Ah, ich sehe schon. Na, super. Okay, das habe ich mal hinbekommen. Du Heilige. So. Freude, Ka. Wow. Hui. Okay. Ist schon mal so ein, so ein Rätsel hier hochzukommen, ne? Eigentlich. So, und da jetzt hier rüber? Hui. Okay, das muss ich üben. Aber ich glaube, das sollte funktionieren, so, ne? Glaube ich halt. Na, großartig. Das kann jetzt... Oh, der Part ist zu Ende. Das kann jetzt dauern, ne? Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Heureka.